Was wäre, wenn Dr. Alan Grant anstatt Owen Grady in Jurassic World die Hauptrolle gespielt hätte? Die Frage mag dir jetzt hier sehr aus dem Nichtsgegriffen vorkommen, aber glaub mir, ich hab mir dabei was gedacht und ich bin auf deine Meinung gespannt. Viel Spaß mit diesem Was-wäre-wenn-Video. Zuallererst müssten wir vielleicht mal eine andere Frage klären, nämlich warum hätte Dr. Alan Grant Owen Grady's Platz in Jurassic World einnehmen sollen? Wir wissen ja, dass Owen die Velociraptoren zähmt, das heißt wir ersetzen jetzt hier einfach Owen Grady gegen Alan Grant. Und da müssen wir uns erstmal überlegen, würde es den Sinn machen, dass Grant sich dazu bereit erklärt hat, mit Velociraptoren mehr zu forschen? Und auch auf die Forschung einzugehen, ob man mit diesen Wesen kooperieren kann. Ich sag ganz klar ja und ich hab dazu schon mal ein Video gemacht, was ich dir mal hier oben verlinkt hab, da kannst du gerne mal draufklicken. In diesem Video haben wir nämlich das Thema besprochen, warum Alan Grant so einen seltsamen Traum in Jurassic Park 3 hat. Ich mein, der Traum ist ja schon an sich seltsam. Aber das wirklich Kuriose dabei ist nicht mal, dass der Raptor wirklich sprechen kann, ich mein, das ist halt ein Traum. Das Kuriose hierbei ist, dass Dr. Alan Grant einen Velociraptor sieht, also ein Design eines Raptors sieht, das er so eigentlich noch gar nicht kennen dürfte. Meine Theorie ist daraufhin ja gewesen, dass Grant sich irgendwie Informationen von InGen oder eben Masrani Corporation besorgt haben muss, um eben am Ball zu bleiben und die Entwicklung der Velociraptoren mit zu verfolgen. Aus diesem Grund konnte er laut meiner Theorie dann eben auch von dieser Velociraptorenart träumen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das würde genauso stimmen. Das würde ja bedeuten, dass Grant wirklich sehr traumatisiert wurde durch die Vorfälle aus Jurassic Park. Und das ist natürlich komplett nachvollziehbar. Er hat, wie wir auch aus Jurassic World Dominion und Jurassic Park 3 eigentlich sehen, gleichermaßen Ehrfurcht vor diesen Velociraptoren, als aber auch eine Faszination. Und er findet es sehr faszinierend, dass Owen in Jurassic World Dominion mit Velociraptoren kommunizieren kann. Ich fände es immer noch ein bisschen bescheuert. Noch dazu ist Dr. Alan Grant in der Welt von Jurassic, sowohl in den Filmen als auch in den Büchern, ein nahezu berühmter Paläontologe. Das heißt, es würde irgendwo Sinn ergeben, dass man ihn darauf angesetzt hätte, mit den Velociraptoren im Jurassic World zu forschen. Und er hätte eventuell sogar ja gesagt, weil er dann eben doch seine Faszination an diesen Kreaturen nicht hätte bändigen können. Was wäre nun also passiert, wenn Dr. Alan Grant im Jurassic World Park gearbeitet hätte, anstatt Owen? Naja, ich denke mal, dass Grant den Mitarbeitern hätte sehr viel mehr Ehrfurcht einbläuen können. Dann sei mir einfach mal ganz ehrlich, die Mitarbeiter in Jurassic World, da ist keine Sicherheit mehr. Ich meine, die sind ja alle wirklich sehr inkompetent. Alan Grant hätte des Weiteren die Kommunikation mit den Velociraptoren auf ein neues Level gehoben. Auf ein Level, das nicht mal Owen bedacht hat. Nämlich auf dein Level von wegen mit Geräuschen kommunizieren. Was Owen eben macht, ist das Gleiche, was man auch mit anderen Tieren macht. Wie zum Beispiel ich bei meinem Husky, das sehe ich immer wieder. Wenn ich den Finger hebe, dann ist er ganz neugierig. Er reagiert auf meine Körpersprache. Das machen eben auch die Velociraptoren. Grant wäre sehr wahrscheinlich ein bisschen weitergegangen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass er auch die Resonanzkammer in Jurassic Park 3 für sich entdeckt hatte. Das Ganze hat zwar nicht funktioniert, zumindest nicht in der Version, die wir gesehen haben. Ich habe dir mal ein Video unten verlinkt. Da reden wir über ein alternatives Ende, das es fast hätte gegeben. Indem Dr. Alan Grant eben auch diese Resonanzkammer des Velociraptoren benutzt. Und da hat das Ganze sehr gut funktioniert. In dem Film, den wir bekommen haben, hat man das eben nicht funktioniert. Aber trotz allem dürfen wir nicht vergessen, dass Grant doch recht fasziniert von dieser Resonanzkammer gewesen ist. Es liegt also sehr nahe, dass Grant mit den Velociraptoren auf eine andere Art und Weise hätte kommuniziert. Eben nicht über Handbewegungen, sondern über Geräusche. Er hätte sich quasi den Velociraptoren angepasst oder hätte mehr oder weniger die Sprache der Velociraptoren gelernt. Spätestens zu Jurassic Park 3 wissen wir zum Beispiel, dass Velociraptoren diesen Sound hier machen, wenn sie um Hilfe rufen. Oder zumindest, wenn sie jemanden rufen. Das sehen wir auch in Jurassic Park 1. Das ist ein ganz cooler Callback, wo der Velociraptor in der Küche dieselben Geräusche macht und dann eben der zweite auftaucht. Grant hätte sehr wahrscheinlich mehr diese Geräusche studiert und hätte damit die Velociraptoren noch wesentlich besser kontrollieren können als ein Ohn. Jetzt nehmen wir einfach mal an, das hätte funktioniert und Grant hätte da wirklich gemerkt, okay, ich kann jetzt mit Velociraptoren kommunizieren. Das Ganze funktioniert wirklich super gut. Warum jetzt nicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und eine Resonanzkammer von einem etwas größeren Tier erschaffen? Grant hätte sehr wahrscheinlich darauf gepocht, dasselbe auch mit einem Tyrannosaurus Rex auszuprobieren. Jetzt ist es hier ein bisschen schwer, so eine riesen Resonanzkammer zu erschaffen und dann eben da selber reinzupusten. Das Ganze hätte man aber eben auch maschinell betreiben können. Kennt ihr das bei Wahlen, wo Wissenschaftler wirklich Walsignale, also das Wal, die die Frequenz von Walen nachhaben im Wasser und so mit den Walen kommunizieren können? Über so eine Art Verfahren hätte man das schließlich auch mit dem Tyrannosaurus Rex machen können, nur eben dann mit seinen Geräuschen, mit seinen Lauten oder wie auch immer. Grant hätte also nun jemandem wie Hawkins gezeigt, wie man die Dinosaurier wirklich komplett unter Kontrolle bringt und das ohne seltsame Laserpointerwaffen. Die Geschichte hätte sich daraufhin wahrscheinlich ähnlich abgespielt. Ich schätze mal, dass dann zum Schluss, wenn der Indominus Rex wirklich ausgebrochen wäre, Grant sich diese Flöte genommen hätte und hätte dann die Velociraptoren zu Hilfe gerufen und hätten wir eine ähnliche Szene bekommen. Wie die, die in dem Video beschrieben ist, weil ich die unten verlinkt habe, liegt auf jeden Fall drauf. Sehr cool, ich habe sogar ein paar coole Videos dazu hinzugefügt, wo du eben sehen kannst, wie das Ganze abgelaufen wäre. Dennoch hätte sich sehr wahrscheinlich sowohl Dr. Henry Wu als auch Hawkins, wenn er das Ganze überlebt hätte oder eben auch Louis Dutchson letztendlich diese Technik zunutze gemacht. Das Gefährliche hieran ist, dass du für diese Technik eigentlich nicht wirklich viel benötigst, außer eben das Wissen, welches Geräusch welche Dinosaurier macht, um welche Aktion hervorzurufen. Dumm erklärt, ihr wisst aber jetzt, wie ich das meine, schätze ich mal. Du brauchst hier keine milliardenschwere Lasertechnologie oder irgendwelche Implantate in den Dinosaurierköpfen drin, sondern du brauchst lediglich einen 3D-Drucker, was zu dieser Zeit und auch zu unserer heutigen Zeit nicht so schwer zu beschaffen ist. Und dann brauchst du noch die Daten einer Resonanzkammer, die könnte auf dem Schwarzmarkt sehr schnell verfügbar sein. Dr. Alan Grant's Forschung hätte also in diesem Was-wäre-wenn-Szenario sehr wahrscheinlich noch für wesentlich mehr Chaos geführt. Vielleicht hätte er auch einfach der Welt so ein bisschen geholfen, weil wir müssen ja nach Dominion mit den Dinosauriern zusammenleben. Hätte sich das Szenario mit Dr. Alan Grant ähnlich abgespielt, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so unhilfreich gewesen, mit diesen Resonanzkammern herum zu experimentieren, um die Dinosaurier unter Kontrolle zu bekommen, damit sie eben nicht ganze Städte überrennen. Wir hätten hier also wieder so eine ganz schwerwiegende Entscheidung, die irgendwie so 50-50 ist. Zum einen hätte das ganze Szenario dadurch sehr gut ausgehen können, da Dr. Alan Grant wirklich eine Technik erfunden haben könnte, die uns helfen würde, mit den Sauriern zu kommunizieren und somit vielleicht das Schlimmste zu vermeiden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer Leute wie ihn hier, die das Ganze eben zum Schlechten benutzen würden oder für das Schlechte benutzen würden und die Saurier als Waffe zu missbrauchen. Jetzt bist du gefragt, wie ist deine Meinung zu dem Ganzen? Meinst du, das ergibt so Sinn? Könntest du meiner Interpretation von einem Was-wäre-wenn-Szenario folgen? Ich bin auf deinen Kommentar gespannt und da würde ich einfach sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.